Parkinson ist eine Erkrankung, wo ein Botenstoff im Gehirn fehlt, das Dopamin, und das ist wichtig für die Bewegungsabläufe. Deshalb können Parkinson-Patienten sich häufig nur langsam bewegen und haben häufig auch das recht bekannte Zitter. Da fing es langsam an, dass ich ab und zu mal gezittert habe beim Kaffee eingießen. Ich konnte nichts mehr halten mit der Hand. Also kein Glas, kein Tassen, kein nichts. Ich konnte keinen Computer benutzen, nichts. Also ich habe manchmal überlegt, fährst du links gegen Baum oder rechts gegen Pfeiler. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020